Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Atom Atom und damit ist jetzt nicht der Roboter aus dem Film Real Steel gemeint, der Twin Cities platt gemacht hat, sondern der neue Text und Quelltext Editor mit integrierter Git-Versionsverwaltung, der unter der MIT Lizenz veröffentlicht wurde. Die offizielle Webseite ist atom.io, wo es auch eine Dokumentation gibt. Die Dateien findet man unter github.com.atom.atom. Der modulare Text Editor von GitHub basiert auf Web-Technologien und soll leicht erweiterbar sein. Eine Mac-Version ist direkt downloadbar bei atom.io und Anweisungen zur Installation für Linux und Windows findet man unter Building hier bei github.com.atom.atom. Archlinuxer können Atom mittels AUR installieren. Also ganz leicht. Bei Linux Mint verläuft die Installation mit folgenden Schritten. Bei einem 64-Bit-System geht das momentan nur. Als erstes wird das PPA, Web-Update-Team-Atom hinzugefügt mittels SUDR, add-apt-repository, ppa-web-update-team-atom. Dann wird ein System-Update durchgeführt mittels SUDO, apt-get-update. Und dann kommt man gleich zur Installation und zwar mittels SUDO, apt-get, install und add-em. Also ganz leicht. Dann kann man add-em starten und zwar unter Menü, Zubehör, add-em. Sollte es beim ersten Mal nicht funktionieren, dann einfach ein zweites Mal probieren. Oder man startet Atom im Terminal, also in der Kommandozeile. Das zeige ich auch noch gleich. Einen Moment. Das ist dann hier Atom. Oder in der Kommandozeile. Und zwar geht man da ins Verzeichnis opt, also cd-opt. Dann findet man hier Atom, cd-atom und jetzt kann man gleich Atom starten mit Punkt-Schrägstrich Atom. Das war unser Powerful Home Screencast. Ciao und viel Glück! Das war's für heute.